Die sind nur zu viert, die anderen. Walking Bird, das sagt... haben wir nicht. Das sagt mir aber auch was, ja. Die sind aber auch erst zu viert. Er lädt das letzte langsam. Sollte ich auch mal georgen? Auf jeden Fall. Sonst verlieren wir ja auch den Gank. Okay, können wir eine der Mitte zum Cap'n schicken und die anderen vier gehen straight durch? Oder machen wir back? Das ist der RQ. Die haben wir schon mal gespielt. Ich geh in der Mitte Cap'n. Nein, du bist Heiler. Achso, naja, das ist... Okay, ich Cap'n nicht in der Mitte. Wir haben Arcane Tank, by the way. Ich Cap'n jetzt doch in der Mitte. Okay, ich hab ihren Cap interrupted, ich komm hoch. Nee, es ist scheiße, wenn ich... Ja, komm hoch, komm hoch. Na doch, bin fast ruhig. Wir Cap'n wieder. Ja, ich kann's nicht interrumpen diesmal. Na, das ist voll. Komm hoch. Egal, die sind fünf. Mach keinen Scheiß. Sind sie? Oh. Ich komm hoch. Achtung. Okay. Also, die haben... Das ist ja Chaos. Double Mini mit Crossmode Arcane Tank. Guck mal, dass der fünfte da keinen Shit macht. Ich bin mal gespannt, wie die performen. Fünfte, achso, der Heiler hat gef... Wow. Der ist jetzt erst da, die waren zu viert. Ja. Die werden richtig hart... Aber ist egal. Wir haben Caps durch. Ja, ja, ja! Der laggt die Hulle. Nice. Okay, aber jetzt passt auf, ja. Double Mini mit Arcane. Und der Arcane hat nen Demon Helm auf. Okay, es geht los. Es geht los. Es geht los! Auf dem... Lesserer auf Margo. Lesserer auf Margo. Komm auf die Crispo! Lesserer auf Margo. Okay, Crispo hat... Crispo ist geblinkt. Okay, das ist die E. Nice. Crispo ist tot. Langer silence. Langer silence. Fuck. Healer, Healer, Healer! Ja. Ah, die werden... Lesser noch Margo. Lesser noch Margo. Gealer at Bombo. Piers. Margo. Oh, fuck. Groosefix, Groosefix. Okay, Schwert oben, Schwert oben. Sollte, okay. Ich swap das Schwert nochmal. Peace. Hey, wir können runter, runter, runter und cap'n. Komm, komm. Dann cap' ich. Ne, renn sie, renn sie, renn sie. Wir gehen, wir gehen vorne auf die andere Seite. Runter und cap'n und wir gehen hoch. Äh, Tadau macht keinen Blödsinn, ja. Nö, nö. Äh, hier oben liegt noch Loot. Wir sind zu dritt? Ja, ich sag nur. Zu viert, zu viert. Okay. Lass uns, lass uns unten kämpfen, dann haben wir auch mehr Platz. Wir sind zu fünft. Die M-Double, okay. Wir kiten nicht in die Mitte, wir kiten nicht in die Mitte. Wir kiten, wenn, dann zu uns hält. Interrupted. Ich bin, Crossbow steht ziemlich weit vorne. Okay, weg geht los. Hey, Crossbow steht ziemlich weit unten. Ich kann den Heiler reinbringen. Crossbow. Okay, das ist den ihre Judy. Auch. Heiler ist geblinkt. Du noch Heiler, du noch Heiler. Geh auf mich selbst. Geh auf mich selbst. Geh auf mich selbst. Ah, Schwert. Ich musste, sorry Tadaron. Könnt ihr das Schwert da hinten machen? Okay, okay. Heiler hat Bombe. Okay. Ich komm wieder ran. Heiler, Heiler, Heiler. Heiler, Heiler, Heiler. Heiler, Heiler. Fuck. Ich schwapp den Heiler. Der müsste sterben. Na, Heiler dead. Schwert maybe. Ich hab nochmal gepierced. Ich bin drauf. Nice, okay. Achso, Caps haben wir. Fuck you. Nice. Das war gut. Wir gehen direkt wieder runter. Wir fighten. Wir fighten. Wir fighten wieder unten. Und dann nach Usbekistan KF kiten. Nach Usbekistan kiten. Ja, das ist wichtig. Tadaron kommst du? Ja. Mach doch mal presch. Ja, ich meine. Schwert 1 Deck. Cloch hanno Карl. Cosbo kommt? Du vastet im Griff Motherわか. Chris Bro bek ork! Kokosbo kommt wieder! Das ist eine Cleric mit iceblock und graifz. Oh, okay. PF No, no Deb? Ich hab nichts! Iis AMD говорит. Adam sagt nur, dass du nichts hast! Der hat aber noch Cleric. Okay. Hast du Purge? Na, na. Das sind seine Gigboots. Haben wir Healer? Ich hab gleich Bob. Okay. Switchen, Tank maybe? Blessing of Martha, Blessing of Martha. Ja, okay. Crossport, Bombe. Okay, nice, nice, nice. Das ist richtig low. Das ist ihre E. Ich bin ja in trouble. Alter, der Eisblock war raus, man. Ich bin zurück. Es geht auf mich. Ah, Renzi müssen raus. Woher liegt? Komm, komm, komm. Ja, Renzi. Renzi, bleib da. Können wir die Caps halten? Unten, ja. Mitte auch. Ja, das ist wieder hoch. Und auf Crossport, Bombe. Sind wir alle fünf da, oder nicht? Nee, gleich, gleich. Na, Marco ist aber schon unterwegs. Renzi, Renzi kriegt Hard Pressure. Ja. Ah, fuck, 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 fuck. Zurück, zurück, zurück. Ja, das war mein Fehler. Ja, das war mein Fehler. Ich hätte ja nicht hochgehen dürfen. Ich hatte noch gar nichts. Oh, so, so. Bereit jetzt hier. Fuck. 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 Noch mal ein Set for free reingefeedet. Ist das die Jacke? Ja, das war mein Fehler. Ja, das war mein Fehler. Ey, der Krall war ballsy, aber ich dachte, wir schaffen das. Ja, ist, äh, ja, ich hatte Clearing, sind nicht ready, dann wäre es auch gegangen. So, wir sind vier, fünf, okay. Radarun, pass auf. Okay, let's go. Alles klar. Afford overchargen und dann let's go. Ich guck mal, ob wir den Healer vielleicht pressuren können. Okay, Healer läuft runter. Kuss von hinten. Healer hat direkt Bombe drauf. Pressing auf Marco. Oh, wir sind geschehen. Spürst du auch in deinem Moment? Es ist ein bisschen hart zu sein. Pass auf, Kruse. Oh, mein Gott. Ehe auf mich selbst, ehe auf mich selbst. Ehe auf mich selbst. Ehe auf mich selbst. Ja, ist gut, alles geht. Jetzt bin ich langsam in Träumen. Der Crossbow ist ausgetankt. Oh, Schwert, Schwert, Schwert. Ich bin auch noch. Okay, Schwert, Schwert, Schwert. Okay, Schwert ist geblinkt. Komm. Healer, 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 Healer. Ich bin drauf, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Healer stunned. Ah, fuck. Ja, noch viele. Healer ist alleine im Moment. Marco, ich geb den Eis und winden vor. Komm raus. Ich bin drauf, ich bin drauf. Ah, what? Oh, ich bumme. Was machen wir gerade? What the fuck? Fancy. Gut. Ist er ein Schwert hier? Ist er ein Schwert hier? Ah, du hast es getroffen, du hast es getroffen. Oh, Marco, es hat mich nicht. Schwert ist tot. Crossbow, maybe? Crossbow Stunt? Ich bring Crossbow deep. Oh shit, okay. Okay, Marco ist auf den Healer. Crossbow ist hinten. Okay, Crossbow geblinkt. Ah, Healer. Healer. Healer? Healer tot. Healer tot. Healer tot. Healer tot. Ich hab den Crossbow unten im Stun. Tank, maybe? Oh, ja. Tank ist gestockert. Bei Loot. Oh, Marco. Oh scheiße. Ja. Ich geh mit den Cappen auf jeden Fall. Ich geh mit den Cappen. Ich geh mit den Cappen auf jeden Fall. Oh boy. Hier ist in der Resi-Putz drinne. So, das Pferd muss weg. Na, Marc, freut. Das Pferd muss weg. Ich soll jetzt nicht mehr sterben. Ich glaub, die haben keine Sets mehr. Na, ich guck mal, ob ich kippen kann. Wieso? Wir sind doch gerade mal. Dreimal gestorben ist der eine. Der Monty ist erst dreimal gestorben. Alter, Tadoron, ey. Dein Call, ich bin drauf. Ja, vielleicht haben die doch keinen Bock mehr. Ass. So gut hier rum. Von neuen Punkten. Ass. Die Schwerter. Du dropst halt von 60, 70 Prozent mal eben drunter. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, sah jetzt echt nicht beeindruckend aus. Weil sofern der Tank seinen E nicht getroffen hat, war das deutlich einfacher. Also die E-Tank war... Die E vom Tank war so wichtig. Und wenn die nicht getroffen hat, dann ist gar nichts passiert. Habt ihr den Schwert gelootet? Der war ein 8 AG, ne? Zum Start. Ja, das ist ein bisschen was getrashed, ja. Ich hab kein Schwert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war auch unsere Unerfahrenheit, ähm... Ich glaube, wir sind zweimal... Also, René, du auf jeden Fall. Bist einmal komplett sinnlos gestorben, weil wir es einfach nicht wussten, dass man so gebürstet wird. Hä? Ich bin nicht sinnlos gestorben. Also sinnlos im Sinne von, ähm, du hättest noch was abgehabt. Also dein letzter Tod fand ich krass, weil du irgendwie... Du standest bei denen drin irgendwie. Du meintest, ich bin drauf und bist dann aber bei denen drin irgendwie in allen Minis geschaut. Bist du reingeblinkt? Ich bin... Ich war auf den Heiler drauf und dann sind die beiden Schwerte auf mich geturnt und haben mich von... Du standest ja noch vor mir, ne? 60, 70 Prozent. Ja, ich stand, ich stand, ich stand halt am Cap etwas...